Die Epoche der frühen Neuzeit, etwa 1450 bis 1800, schließt an das Mittelalter an. Wichtige Zäsuren für den Beginn der frühen Neuzeit bilden die Entdeckung Amerikas und die Reformation Martin Luthers. Der Übergang zur neuen und neuesten Geschichte findet sich unter anderem in der französischen Revolution 1789 und der beginnenden Industrialisierung. Die frühe Neuzeit schließt Renaissance und Humanismus mit ein. In der Renaissance zu Deutsch Wiedergeburt lösten sich die mittelalterlichen Traditionen auf. In dieser umwälzenden Zeit orientierten sich die Menschen an antiken Idealen. In der humanistischen Geistesbewegung strebte man das Studium antiker Texte und des antiken Staatswesens an, was als klassische Bildung und vorbildlich galt. In der frühen Neuzeit entwickelten sich neue Gesellschaftsstrukturen. Von fundamentaler Bedeutung war der Säkularisierungsprozess, der an die Stelle des mittelalterlichen Gottesstaates ein modernes europäisches und größtenteils nationales Staatensystem treten ließ. Das Deutungsmonopol der Kirche ging auf die Naturwissenschaften über, welche einen starken Aufschwung erlebten. Auch orientierten sich die meisten Philosophen jetzt wieder stärker an der Vernunft. Weder Gott noch Menschheit bildeten das Zentrum der philosophisch-geistigen Betrachtung, sondern das Subjekt. Vor dem Hintergrund dieses Individualisierungsprozesses erwachte der Geist der Aufklärung in Europa. Die Vernunft bildete dann auch die Basis des Rationalismus, einer Erkenntnistheorie, welche davon ausgeht, dass allein die Vernunft die Quelle aller Erkenntnis ist. Jedoch entwickelte sich besonders in Großbritannien der Empirismus mit seiner strikten Gegenthese zum Rationalismus. Der Empirismus besagt, dass unsere Erkenntnisse allein auf sinnlicher Wahrnehmung beruhen. Alles, was über unsere Sinneseindrücke hinausgeht und somit alles Religiöse, kritisierten die Empiristen.